Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 für Herrn Paschulke zum Geburtstag. Für Herrn Paschulke? Ja. Diese Farben? Was ist denn mit den Farben? Na ja, ich weiß nicht, ob ihm das steht. Wieso? Vielleicht ein bisschen gewagt, aber das ist eben für Leute, die sich jung fühlen. Pass doch auf, du Bengel! Mein Brillen etwa. Moment, das haben wir gleich. Ja. Das rührt sich nicht. Wissen Sie, das ist ein Erbstück von meiner Großmutter, väterlicher Salz. Das ist versilbert. Das ist wirklich ein schönes Andenken. Nicht zu machen. Ich hab da ne Idee. Ich könnte doch hier runter, nicht? Na ja, ein bisschen dunkel ist es schon da. Und ja, auch etwas feucht. Ah, kein Problem. Ist hier jemand? Nö. Na dann, leiten wir die doch mal, ne? Ja, Sie werden staunen, Frau Susimil, wie schnell ich hier Brillenetui wieder habe. Ist das nicht zu gefährlich? Ach was. Da unten sind ja keine Krokodile, nicht? Aber, Peter, Sie wissen doch noch gar nicht, wo es hingeht. Nachher verlaufen Sie sich. Ach was. Wollen Sie nun Ihr Andenken wiederhaben, oder nicht? Ach, ich verstehe. So finden Sie immer wieder zurück. Ach, ich verstehe. Ja? Aber nicht so stark ziehen. Nee, nee. Oh. 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 Ach, da muss ich lang gehen. Da muss ich lang gehen. Seien Sie vorsichtig, Peter. Na ja, keine Sorge. Na ja, das ist. Hier muss ich lang gehen. Ja. Wo ist der hier? Ja, da hinten vielleicht. Das ist ja eine richtige Stadt, unter der Straße. Da vielleicht, ja. Was für eine Brühe. Na ja, der Gully war da, also muss ich da lang. Wenn ich Glück habe, kommt mir ja das Etui entgegengeschwommen. Wenn es denn überhaupt schwimmt, nicht? Ein Gestank. Na ja, irgendwo muss das Zeug ja hin, aber da oben macht man sich gar keine Vorstellung davon, wie das hier unten aussieht, unter den Straßen von Beerstadt, nicht? Tja, dem Ratten gefällt es natürlich. Die haben immer was zu fressen. Aber jetzt müsst ihr doch mal wo... Da! Das Etui! Na, hinterher. Na. Mist. Peter! Ist etwas passiert? Nein, nein, alles klar. Seien Sie bloß vorsichtig! Nur keine Panik. Da sitzt oben einer auf dem Klo und die ganze Kacke, naja, das muss ja alles hier irgendwie runter, nicht? Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber es muss ja irgendwo bleiben, nicht? Das Wasser, das nicht mehr gebraucht wird. Und auch in so einem ganz normalen Haus kommt eine ganze Menge davon zusammen. Max sitzt auf dem Klo. Sein Vater ist heute mit dem Abwasch dran und die Mutter badet gerade. Überall muss Wasser weg und alles das, was drin schwimmt. Vater ist fertig, zieht den Stöpsel und abgeht durch das Rohr unter der Spügel. Das ist mit Absicht verbogen. Es ist ein Siphon. In diesem Bogen steht immer Wasser und deshalb können keine Gerüche in die Küche kommen. Gerüche aus dem Abwasserrohr nämlich. Und in das mündet ja auch die Kloschüssel beispielsweise. In der ist der Siphon, dieser Geruchsverschluss, schon mit eingebaut. Das Schmutzwasser fließt ab und im freien Fall geht es runter Richtung Keller. Deshalb heißt das hier auch Fallrohr. Und da fällt noch mehr. Mutterns Badewasser nämlich. Das muss ja auch weg. Und das Rohr ist dick genug für alles. Ab in den Keller mit den gesammelten Abwässern und in die Kanalisation. Unter der Straße. Apropos Straße. Das Regenwasser kommt noch dazu. Das muss ja auch irgendwo hin. Ja, und deshalb ist es so voll hier unten. Und das. Als hier alles rumschwimmt und rumliegt. Das sieht ja aus wie ein Wesen von einem anderen Stern. Ein Alien unter den Straßen von Bärstadt. Tag. Tag. Sie sehen fern? Ich dachte, Sie arbeiten. Ha. Ja. Und? Was wollen Sie? Herr Lustig ist verschwunden in der Kanalisation, als er nach meinem Brillen-Edwi gesucht hat. Nach Ihrem was? Nach meinem Brillen-Edwi. Und wie ist Ihr Herr Lustig da runtergekommen? Durch das Loch da draußen. Durch den Schachteinstieg? Mhm. Das ist verboten. Was glauben Sie wohl, warum der abgesperrt ist? Ich hatte ihn doch an der Leine. An der Leine? Ja, damit er immer wieder zurückfindet. Aber plötzlich war die Wolle alle. Und jetzt irrt er da unten rum. Jetzt beruhigen Sie sich mal. Kommen Sie rein, setzen Sie sich. Ja, danke. Und überlassen Sie alles andere mir. Ja. Ich sag den Kollegen Bescheid. Sehr freundlich, danke. Sieht eigentlich aus wie der kleine Roboter, den Sie zum Mars geschickt haben. Aber was will der hier? Und warum steht er? Ja, vielleicht sind die Batterien alle, ne? War da was? Wenn Ihr ihn gefunden habt, dann bringt ihn zu mir in den Wagen. Danke. Oh, ein Tierfilm. Herr Lustig? Wie kommt denn Herr Lustig ins Fernsehen? Ich denke, der ist da unten. Herr Techniker! Herr Techniker! Ich hab Herrn Lustig eben im Fernsehen gesehen. Ist er jetzt nicht mehr da unten? Doch, doch. Ja, haben Sie ihn gefunden? Nein, aber ich hab den Kollegen Bescheid gesagt. Und wenn Herr Lustig auf dem Monitor war, dann haben Sie ihn bestimmt auch gleich. Monitor? Wie? Was hat denn das mit dem Fernsehen zu tun? Kommen Sie nur mit. Ich zeig Ihnen, wie das funktioniert. Moment. Ich fahr mal näher ran. Oh. Oh, ist ja toll. Das ist eine ferngelenkte Kamera. Damit können wir sehen, wie es da unten in den kleineren Kanalisationsröhren aussieht. Da, wo kein Mensch mehr hinkommt. Was es alles so gibt? Und wozu das Ganze? Was denken Sie denn, was passiert, wenn so eine Röhre kaputt ist? Na, dann fließt ein bisschen daneben. Ja, und das bisschen sickert durchs Erdreich ins Grundwasser. Bis ins Grundwasser? Genau. Und von da wird es dann irgendwann wieder hochgepumpt. Als Frischwasser. Und damit gießen Sie dann Ihren Tee auf. Oh. Na, aber von so ein bisschen. Ja, was glauben Sie denn, an wie vielen Stellen die Kanalisationsröhren kaputt sind? Da kommt einiges zusammen. Ja, da hilft nur eins. Alles neu machen. Und wer soll das bezahlen? Bärstadt wäre eine einzige Baustelle. Es reicht, wenn wir wissen, wo genau die Röhren kaputt sind. Dann können wir genau an der Stelle die Straße aufgraben. Ach, das ist ja interessant. Ja, schauen Sie mal hier. Ja. Das sieht ja aus wie ein Stadtplan. Genau. Nur, dass hier auch die Kanalisation eingetragen ist. Wenn ich also die Kamera an dieser Stelle in den Kanal gesetzt habe und sie 30 Meter gefahren ist bis zu der defekten Stelle, dann kann ich genau sagen, wo aufgebuddelt werden muss. Ah, eine Videokamera. Dreht das Fernsehen jetzt einen Film? Ein ganz neuer Kanal. Genial. Die Sache ist fernlenkbar. Da steht was. Bärstädter Wasserbetriebe. Ach so. Die kontrollieren damit die Kanalisation hier. Also wenn man sich das mal überlegt. So ein Abwassersystem ist ja eine ziemlich aufwendige Sache. Da muss man unterirdische Kanäle bauen, Röhren verlegen, das Ganze in Schuss halten. Und die Menschen da oben ahnen davon überhaupt nichts, sehen nichts davon und riechen auch nichts davon. Wie das wohl früher war. Was haben da die Menschen eigentlich gemacht mit ihrer, also mit dem Abwassern? Na ja. Na ja, es gab ja keine Müllabfuhr. Man schmiss einfach alles aus dem Fenster. Und es gab viele, die sich darüber freuten. Andere wiederum freuten sich weniger. Die Gassen lagen voller Müll. Und die Bürger konnten kaum noch laufen. Das war aber nicht das Schlimmste. Hoppla. Schlimmer waren die Ratten und die Bakterien in diesen Unrathaufen. Der Regen, die einzige Stadtreinigung, spülte diese Bakterien und Giftstoffe, die sich ja immer im Müll bilden, in die Erde. Ins Grundwasser. Ja, und von da aus in den Brunnen. Und da waren sie wieder. Die Bakterien und Gifte. Vorsicht. Tja, deshalb gab es damals so viele Seuchen. Da wusste was geschehen. Kot und Unflat vor den Türen ist binnen drei Tag wegzuführen. Unsaugres aus dem Hause gießen wird man auch mit Strafe büßen. Tja, was jetzt? Vielleicht dem Nachbarn vor die Tür? Naja, wie auch immer, es blieb alles beim Alten. Es ging ja auch nicht anders. Naja, ist ja alles ganz interessant. Aber wo schwimmt denn jetzt das Brillen-Hitui von der Frau Sosemiel? Das, ach, hier kommt es an, da kommt es an, da werde ich wohl da runter müssen. Oh! Abgerissen. Naja, Ich werde schon wieder rausfinden hier. in Unwetter da oben. Na ja, hier unten bin ich ja trocken, ne? Das sieht nach Regen aus. Was für'n Glück, dass er lustig jetzt da unten ist. Wieso zum Glück? Tja, da kann er nicht nass werden. Erstmal nicht. Aber wenn's richtig losregnet, was meinen Sie, dann ist da unten die Hölle los. Irgendwo muss das Wasser von den Straßen und Dächern ja hin. Na hoffentlich gibt's keinen Waldbruch. War da was? Hallo! 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 Mann, wer sind Sie denn? Äh, lustig. Peter Lustig. Und was suchen Sie hier? Na, das Brühen-Ethui. Von Frau Susemier. Sie sind der Irre mit dem Ethui. Moment. Ich sag mal Bescheid. Hallo, ich hab den Typen mit dem Ethui gefunden. Ich bring ihn gleich hoch. Ja, und Sie, was machen Sie denn Schönes hier? Passen Sie mal auf, ne? Also, unter dem Wasser sammelt sich Schlamm. Der muss weg. Den fahren wir hier gerade zusammen. Ach, und wie geht das? Sehen Sie den Apparat mit dem Schild vorne? Ja. Das Schild schiebt alles vor sich her. Auch den Schlamm. Der wird also in den größeren Kanal geschoben, der Schlamm. Und, äh, was schiebt? Was schiebt denn da? Hinter dem Schild staut sich das Wasser. Ja, das hat einen ungemeinen Druck. Hey, wenn das jetzt zu sehr drückt, könnte das nicht vielleicht, äh... Keine Angst. Wir können die Flügel aufmachen, dann kommt das Wasser an den Seiten vorbei und der Apparat kommt zum Schnellstart. Ja, das machen die gerade jetzt. Was für ein Druck dahinter ist. Ja, und der Schlamm? Sag mal. Bernd, wir können absaugen. Himmel, was lassen die denn da runter? Ja, sehr praktisch. Der Staubsauger, ne? Ja, den Schlammsauger. Ich glaube, wir haben diesen Irren. Na also. Irren? Sie reden von Herrn Lustig. Ja, weißt du, was er da unten gesucht hat? Na, mein Brillen-Et-W hat er gesucht. Das ist ein Erbstück von meiner Großmutter, väterlicherseits. Wissen Sie, ob er es gefunden hat? Nein. Seien Sie lieber froh, dass Ihr Herr... Lustig. ... wieder da ist. Franz bringt ihn gerade hier vorne zum Einstieg. Klasse. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich einen Schimmer? Wie gefährlich das hier unten sein kann, ne? Ich meine, zum Beispiel ohne Atemschutzmaske bist du ja verloren. Ach, äh, wegen des Gestanks? Na, Quatsch. Aber für den Fall, dass giftige Gase entstehen. Ich meine, die Leute werfen einfach giftiges Zeug in den Ausguss. Das ist eine Schande. Da kann das schlimmste Teufelsgebräu entstehen. Das habe ich nicht gewusst. Haben Sie dann vielleicht auch so etwas für mich, so eine Atemschutzmaske? Das ist nicht nötig. Ich habe ein Messgerät dabei. Siehe, das piept, wenn die Luft dicke wird. Ach, das ist gut. Da bin ich aber ruhig. Oh, Peter, wie Sie riechen. Na, wie soll ich schon riechen? Ja, ja, ist ja schon gut. Hauptsache, Ihnen ist nichts passiert. Nee, nee. Ähm, mein Brillen-Etui, das, äh... Oh, das Brillen-Etui, ja, das, äh... Klärwerk. Äh, Klärwerk. Klärwerk. Wir müssen zum Klärwerk. Da fließt ja alles hin. Das ist es, das Klärwerk. Sieht aus wie eine riesige Fabrik, ist aber eine Waschanlage für Wasser. Vorne kommt schmutziges Wasser hinein und hinten kommt es sauber wieder raus. Eine gewaltige Waschmaschine sozusagen. Sogar mit Vorwäsche und Hauptwaschgang. Und alles aufs Genaueste kontrolliert. Hier wird zum Beispiel gemeldet, was gerade an Dreckwasser reinkommt. Damit fängt ja alles an. Die Brühe fließt erst mal durch große, eiserne Rechen. Da bleibt alles Größere hängen. Auch vieles, was gar nicht ins Abwasser hineingehört. Brillen-Etui zum Beispiel. Ist es dabei? Nee. Ja, das meiste ist Klopapier und das landet mit all dem anderen Zeug im Müll. Nachdem das Gröbste raus ist, wird nach Sand und Kies gefahndet, mitgeschlepptes aus der Kanalisation. Das wird auch rausgefischt und abgepumpt. Noch schwimmt aber eine Menge Dreck im Wasser obendrauf. Öliges und Fettes. Das muss auch weg und deshalb lässt man die Brühe eine Weile in Ruhe. Und dann schöpft man mit diesen Schiebern alles ab, was oben schwimmt. Ja, weg damit. Nun ist das Wasser aber noch lange nicht sauber. Unsichtbarer Dreck ist noch drin. Giftstoffe, was weiß ich. Und das ist ein ganz besonderer Fall für ganz besondere Müllwerker, für Spezialisten, für dreckfressende Bakterien, Kleinstlebewesen, die Schadstoffe aus dem Wasser holen können. Und das tun sie besonders gern, wenn man Sauerstoff ins Wasser bläst. Bitte, da kommt er. Der Dreck wird jetzt in Schlamm umgewandelt und der landet in diesen dicken Türmen. Die funktionieren wie Komposthaufen oder er wird verbrannt. Das Wasser darf sich im Nachklärbecken jetzt noch mal ausruhen. Da setzt sich dann der letzte Rest von Schlamm ab. Und was dann am Ende rauskommt, ja, das kann man fast trinken. Sieht doch schon gut aus. Man kann es auf jeden Fall zurückschicken in den Fluss. Gewaschenes Wasser. Aber jetzt erst mal zurück zum Eingang der Waschanlage. Es geht doch schließlich um das Brillenetui. Tja, hier kommt die dreckige Brühe also an und wird geklärt. Wie das stinkt, wie das aussieht. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das am anderen Ende wieder sauber rauskommt. Das ist unglaublich. Aber wahr. das gehört doch alles in die Brühe. Ja. nicht alles. Wieso nicht alles? Das hier auch? Ja. mein Süd ist wie unsaggefühlt. Das ist das. Schau! Schau! Ah! Sorry!